hallo und herzlich willkommen zum dritten part der ninja tour season mit dem larry cup wir fangen an mit ninja dojo x und fahren mit larry ist nicht mal der neue shyguy am besten dieser ninja ninja guy der achte nein der siebte ich kann nicht mal reden ich nehme das jetzt gerade auf und ich kann es auch noch mal hier sagen ich habe noch parts von donkey kong country returns gefunden die werde ich vielleicht mal bald alle schneiden und dann mal noch hochladen ich wollte es ja sowieso bald weitermachen und die parts gehen noch glaube ich bis anfang welt drei also da kommt noch einiges sind noch zwei drei parts oder so die ich da hab mal gucken wann ich die hochladen kann aber ich denke erst nach dem zweiten mario kart 7 lp denn ich habe ja schon angefangen wieder gespiegelt zu machen habe ich für mich gestern auch weiter gemacht kann es sein dass ich irgendwie nicht vorkomme also wenn ich nach vorne komme dritte ist jetzt nicht wirklich gut die schnappen ja auch die ganzen medaillen weg oh gott macht es weiter ja naja war zwar ein relativ naja durchschnittliches rennen aber ist ok machen wir lieber weiter mit koopa großstadt fieber dafür nehmen wir jetzt auch den neuen scheiger dieses neue im bowser kart was auch immer wir nehmen es einfach und den variogleiter einmal bin ich schon mit diesem ninja geil gefahren war auch relativ ok jeder fahrer spielt sich halt immer noch gleich finde ich habe nur das gefühl dass er wirklich sehr sehr auf eine partyzeit bekommt kann das sein weil ich hatte mindestens in also in dem renn was ich gefahren bin hatte ich zwei partyzeiten jetzt habe ich in dem renn auch schon eine entweder das ist absolut dummer zufall er hat wirklich einfach erhöhte chancen aber wenn er erhöhte chancen hat ist es auch ein bisschen so ein bisschen zu viel möchte da jetzt nicht abstürzen ich glaube dann nehme ich lieber das liegen das bringt denke ich mehr punkte ach komm was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht dass ich so weit hinten bin so gut der bomb bomb ja klar dass mindestens einer von denen getroffen wird ich kann gerade überhaupt nicht reden weiß nicht warum und noch eine partyzeit erster platz fast 10.000 punkte ich brauche 10.000 dann noch ein tour geschenk gucken wir noch in den shop nichts tolles wie immer gut dann mache ich wie immer einen cut bis gleich weiter mit remix rainbow road 2x ja mit luigi larry hatte ja schon sein rennen können wir auch noch mal jemand anderes nehmen aber man muss ja echt sagen luigi war ja schon immer ganz früh mit auf den artworks also schon auf dem ersten mit aber er kam glaube ich erst in der dritten oder vierten tour season rein also sehr sehr spät was ich nicht verstehen kann also ich hätte mich schon viel früher reingeholt und ja war wieder in der luft getroffen worden aber wir sind nicht runtergefallen darf ich was sagen es läuft überhaupt nicht nach plan ich wollte erster werden das stört sich auch ein item ticket so ein mist auf platz 7 also ich war platz 7 also ich war platz 7 als ich das eingesetzt hatte also ich war platz 7 als ich das eingesetzt hatte also ich war platz 7 als ich das eingesetzt hatte ja dritter mehr wird es nicht wenn überhaupt ja na klar ja egal ist ein bisschen scheiße aber was soll man tun drei sterne zeit fahren noch und dann ist der part auch wieder vorbei hol dir die best zeit das sage ich auch jedes mal kann es sein gibt es irgendwo eine gute stelle wo man es einsetzen kann den SNES Regenbogenboulevard hier oder wie soll man denn da richtig rumkommen ja ach doch es gibt ja diese mitte da da werde ich es einsetzen ja das schafft man bestimmt auch ohne pilz derzeit also in mario kartour schafft man das bestimmt auch ohne da gibt es hier die schade die habe ich immer gerne genommen in mario kart 8 in dem mario kart 7 eigentlich auch na gut dann bedanke ich mich fürs zu sehen ich sage bis zum nächsten part tschüss bis dann tschüss 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 tschüss